Die Österreicher haben keine Wahl. Was der Österreicher auch wählt, es ist niederträchtig. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass die Nazis wieder an der Macht sind. Alle Anzeichen sprechen dafür. Die Roten und die Schwarzen spielen alles den Nazis in die Hände. Da geschieht ja gerade das, dass ein Großteil der Österreicher will, dass der Nationalsozialismus herrscht. Unter der Oberfläche ist ja der Nationalsozialismus schon längst wieder an der Macht.